So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Horizon Zero Dawn. Ich bin 2.0 auf Boom36 und wir machen nun hier spannend weiter. Wir werden, glaube ich, gleich das erste Lager sehen von den Banditen. Wo ist dieser komische Alarm? Lager-Alarm, Warnsystem, Einfahrttechnische Koalition. ... Okay. Ich muss da hoch. Kauschmaschine, ich muss dich leise kühlen. Okay. Ich bin gar nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Okay, wie mache ich das jetzt? Ich bin ganz leise, weil ich so so spannend finde. Ah! 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 Vielen Dank. Es riecht nach Regen. Die Luft ist ganz schwer. Ich sehe nichts mehr, scheiß Regen. Ich sehe nichts mehr, scheiß Regen. Ich sehe nichts mehr, scheiß Regen. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Ich sehe nichts mehr. So, altes Gefäß Miriam. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten lieb und teuer war. Trägt die Aufschrift Miriam. Stets von alten Gefäßen konnten in Miridien gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Okay. Gut. So. Jetzt wieder mit dem Inventar, was besonders ist. Ach, der Hase. Ja. So. So. So, das ist auch voll. Oh, geil. Langsam komme ich da immer näher. Das ist noch ein altes Gefäß. Ja, er hat alles mit, was ich jetzt mitnehmen kann. Alte Ruhen entdeckt Teufelsleid. Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Dieser blöde Regen, der geht mir so auf den Geist. Ja, er hat alles mit schafft. Ja, ich weiß, alles verdorben. Irgendwo hier muss das Gefäß sein. Immer dasselbe? Okay. Textdaten, Dokument, Welt. Textprotokoll, Datenstege minimal. Immer dasselbe. Diese Roboter-Schlacht-Hulos machen mich krank. Wie viele kann man sich davon ansehen, bevor man erkennt, dass alle Folgen gleich sind? Man kommt aus Schlachtfeld, beobachtet wie ein paar Drescherbots sich zerfetzen, wählt für welches Unternehmen man isst, Explosion, Explosion, Explosion und dann ist es vorbei. Finde nur ich das völlig bekloppt, alle anderen scheinen diesen Mist zu lieben. Persönliches Protokoll, Benutzer 67681. Ich berühre mir das Lagerfeuer. So. Da habe ich noch gesehen, hier ist es noch ein altes Gefäß zu sein. Ich habe das immer noch nicht gefunden oder was? Kann wohl nicht wahr sein. Hm. Das brauche ich vielleicht noch. Hm. Das brauche ich vielleicht noch. Ich glaube ich habe es gefunden. Altes Gefäß USRC. Ein gesprungenes, abgenutztes Gefäß, das den alten lieb und teuer war. Trägt die Aufschrift USRC. Steht zu den alten Gefäßern kann mir mir denn gegen wertvolle Belohnungen eingetauscht werden. Bla bla bla. So. So. Inventar. Und hier soll auch noch eine Metallblume sein. Da will ich auch noch hin. Wo ist das? Ich will die Metallblume haben. Metallblume 1E. Metallblume 1E. Unbekannte Machart Spuren von eingebettes Codefragment entdeckt. Ist sogar noch eins von Z1. Okay. Cool. So. Und dann haben wir noch ein altes Gefäß hier in der Nähe. Ne? Genau. Soll ich mir auch noch gleich. Wo habe ich denn hier nicht gerade Ruinen entdeckt? Ach, die sind erst da oben. Alles klar. Hier wäre noch ein Lagerfeuer. Ne, wir müssen ja nicht unbedingt jedes Lagerfeuer mitnehmen, oder? Oh! Wohl komm, wir sind eigentlich weit weg davon. Soll ich... Wait ? Ich hab dir die Moment. Okay, das war's. Oh! Das hilft bestimmt. Stimmt weiter. Alles gut. Alles gut. Jetzt muss ich kämpfen. So, Moment. Wollt. 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 Huh. Gürgün. Da. Ja, äh, altes Gefäß, HGH. Irgendwie sieht das aus wie dieser Typ von Star Wars. Okay. Und jetzt haben wir erstmal nichts mehr in der Nähe. Das ist noch ein Banditenlager, sehe ich gerade. Oh. Oh, ich gucke. Okay. Oh, okay. Oh, ich gucke. Oh, ich gucke. Oh, weh. Oh, ich gucke. Ach, das ist noch mal verrückt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Lora erreichen ihr Ziel immer. So, zweites Tag haben wir auch geräumt. Okay. So. 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 Jetzt geht's zum Letzten. So. 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 So.